Hallo ihr Lieben, Herzlich Willkommen bei Selmas Recipes. Für diejenigen unter Euch, die etwas Abwechslung auf dem Keksteller haben wollen, zeige ich heute ein einfaches und fruchtiges Orangenplätzchen Rezept. Da es keine typischen Weihnachtskekse sind, kann man sie auch das ganze Jahr über machen. Die Zubereitung ist denkbar einfach und zwar brauchen wir für den Plätzchenteig 125 g zimmerwarme Butter, 100 g braunen Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker und ein Ei und verrühren die Zutaten bis eine homogene Masse entsteht. Als nächstes hacke ich 25 g Orangiat in feinen Stücke. Wer kein Orangiat verwenden möchte, kann es durch dieselbe Menge gehackte Mandeln ersetzen. Das gehackte Orangiat kommt jetzt in die Rührschüssel und dann füge ich noch 30 g gehackte Mandeln, 225 g Mehl, eine Prise Salz und den Abrieb von einer Zitrone hinzu und rühre die Zutaten gründlich durch. Da der Teig jetzt noch sehr weich ist, stelle ich ihn für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank. Nach Ablauf der Kühlzeit halte ich den Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vor. Jetzt zeige ich Euch noch verschiedene Methoden, mit denen Ihr die Kekse formen könnt. Ihr könnt entweder nach Augenmaß vorgehen oder aber den Teig mit einem eingefetteten Messlöffel in gleich große Stücke teilen und anschließend zu Kugeln formen. Wer einen sogenannten Makronator besitzt, kann den Teig damit auch gleich auf das Backblech setzen. Am einfachsten geht es mit einem kleinen Eisportionierer. Die Kekse backe ich nun ungefähr 10 Minuten bis die Oberfläche etwas Farbe bekommt. Da die Kekse auf der Unterseite schon gut gebräunt sind, ziehe ich sie mit dem Backpapier auf die Arbeitsfläche und lasse sie vollständig abkühlen. Für die Glasur habe ich 100 Gramm Puderzucker mit etwas Orangenabrieb und Orangensaft zu einer dickflüssigen Masse verrührt. Wer möchte, kann aber auch erst eine Glasur nur aus Puderzucker und Orangensaft herstellen und erst nach dem Glasieren der Kekse etwas Orangenabrieb auf die Glasur legen. Wie viel Orangensaft ihr genau für die Glasur benötigt, kennt ganz davon ab, wie dick oder dünn ihr die Glasur haben möchtet. Is das noch ein paar » und wie die Kekse abkühlen! Die Glasur im Kekseff parar! Also wird das Glasfunkraie angeht und wird das Wasser abkühlen. Das Wasser wird nicht mehr als Haaren abkühlen. Da geht es um die Böcke abkühlen. Das Glasieren der Kekse geht ganz einfach, indem man die Kekse auf eine Gabel steckt und die Oberfläche in die Glasur taucht. Nachdem die Glasur vollständig durchgetrocknet ist, könnt Ihr die orangen Plätzchen in luftdichten Vorratsdosen aufbewahren. Die Kekse sind einige Wochen haltbar und bleiben noch lange Zeit weich. Ich hoffe auch dieses Rezept hat Euch gefallen. Weitere leckere und vor allem gelingsichere Plätzchenrezepte findet Ihr, wenn Ihr links auf die eingeblendete Playlist klickt. Wenn Euch meine Rezepte gefallen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.